Hallo, ich bin Richard Meinecke. Ich komme aus Holland und ich bin Torhüter. Ich bin ein Fan von Handball und ich folge der 1. und 2. Liga. So weiß ich, wo FanDorf ist und was für ein Klub FanDorf ist und sofort, wie weiß, von FanDorf. Hallo, ich bin Jörg Neutbo. Ich komme aus Holland und ich spiele im Rückraum links. Ich bin gut im Rückraum. Ich spiele im nationalen Team in Holland. Und gute Abwehr. Ich bin groß. Das ist mein Vorteil. Für mich ist das Spiel in der 2. Liga nicht ein Ziel an sich. Ich hoffe, einfach besser zu werden. Ich hoffe, einfach viel zu lernen von Lukas und Kai und einfach ein besserer Torhüter zu werden. Untertitelung. BR 2018